Herzlich Willkommen beim Mediale Energetik Podcast. Ich habe heute ein bisschen ein kontroverses Thema für Dich, aber nichtsdestotrotz umso spannender. Also dranbleiben. Heute möchte ich über ein Thema sprechen, das mir eigentlich schon länger auffällt und das ich ehrlich gesagt ein bisschen unfair finde. Vielleicht hast Du es mitgekriegt, Comedians, Stand-Ups stürzen sich auf die Esoterik, wie lächerlich und wie dumm das nicht ist und auch auf die Religionen, wie naiv das ist, an einen imaginären, unsichtbaren Freund zu glauben und machen da die verschiedensten Späße drüber. Also verstehe mich nicht falsch, ich finde das auch teilweise lustig und teilweise ehrlich gesagt ein bisschen kurz gegriffen und nicht so geschickt. Ich möchte jetzt kurz ein paar Inputs dazu geben, warum ich finde, dass man über die Religion Schwerscherze machen kann und dass auch über die Energetik und die Esoterik, die wirklich auch viele Blüten treibt, genauso wie die Religion, es dennoch wichtig ist, dass man sich zumindest einmal im Leben seriös mit diesen Themen auseinandersetzt. Und damit meine ich nicht, tritt einer Glaubensgemeinschaft bei oder mach unbedingt ein esoterisches Seminar, sondern setz Dich einfach mal mit der Thematik auseinander. Denn immerhin gibt es ja Religionen und auch eben spirituelle Richtungen die ganze Menschheitsgeschichte lang. Vielleicht ist doch etwas mehr dran, als einfach nur das zu veralbern. Denn natürlich sind wir jetzt in einer sehr wissenschaftlich geprägten Zeit und die Wissenschaft ist ja mehr oder weniger die neue Religion geworden. Offensichtlich werden ja die Götter der Esoterik oder auch der Religionen immer mehr durch die Wissenschaftler ersetzt, was unserem Zeitgeist entspricht. Aber warum ist jetzt Religion wichtig? Und warum ist es so leicht, sich darüber lustig zu machen? Wenn jemand Religion kritisiert, dann kritisiert er die äußere Religion. Das heißt, das, was erscheint, das, was in der Welt erscheint. Sobald ich etwas, was ich in mir wahrnehme, fühle oder das mich vielleicht in mir tröstet, sobald ich das nach außen bringe und versuche darzustellen, kriege ich immer die Probleme. Da sagt man nämlich in der Mysterientradition, es gibt dein Inneres, da gibt es eine Einheit. Und sobald du da was nach rausgibst, gibt es die Dualität. Das heißt, es gibt immer Licht und Schatten. Und man kann jetzt über Religionen sagen, was man möchte, aber eines halte ich zum Beispiel dem Christentum sehr hoch. Ich hätte mich niemals mit Religion oder auch mit der Bibel beschäftigt, wenn es die Kirche nicht gegeben hätte. Und das hat mein Leben irrsinnig bereichert. Zwar nicht im strengen katholischen oder evangelischen Sinn, aber das hat einfach Facetten zu mir hinzugefügt, zu meiner Persönlichkeit, die ich so sonst nicht erlebt hätte. Also wenn man jetzt sagt, Religion bringt etwas Negatives oder man streitet sich über unsichtbare Freunde, dann heißt das nur, das ist eine im Außen gelebte Religion. Und diese im Außen gelebte Religion ist meines Erachtens nicht die wesentliche Religion, genauso wie die im Außen gelebte Esoterik nicht der Kern der Esoterik ist. Und das, finde ich, sollte einfach mal klargestellt werden. Aber was bedeutet jetzt diese innere Religion oder auch Spiritualität? Das bedeutet, dass du etwas in dir trägst, dass du in dir erforscht und in dir selber klarer wirst. Das ist also nichts, was du im Außen machst. Das ist alles nur im Inneren. Um dir zum Beispiel mal ein Bild zu geben. Engel sind in der Mysterientradition einfach Gedanken. Gute Gedanken, die dich mehr in die Ruhe bringen. Genauso wie die Dämonen im Gegenzug Gedanken sind, die dich mehr nach außen bringen, in die Welt treiben. Also in die äußere Welt. Weg von deinem Zentrum, von deiner Mitte, von deinem Ursprung. Alles, was im Außen ist, ist letzten Endes profan und trägt immer Licht und Schatten in sich. Und mir ist schon bewusst, dass ich auch mit meiner Tätigkeit als medialer Energetiker in diesem Zwiespalt bin. Denn auf der einen Seite versuche ich, mit dem Inneren, mit dem Wesen meines Klienten zu arbeiten. Und auf der anderen Seite bin ich natürlich im Außen, bin da als Unternehmer tätig, trete auch im Außen als Mensch, als Person auf, auch auf diesem Kanal jetzt. Und das ist immer so ein Zwiespalt. Aber mir geht es nicht darum zu sagen, man muss jetzt an etwas glauben, sondern man sollte gewisse Dinge leben und erleben. Und das finde ich eben sehr wichtig. Das heißt, man soll einfach einmal sich mit dem Inneren beschäftigen. Man sollte sich auch mal mit der Esoterik beschäftigen und das nicht gleich abtun, nur weil wieder irgendwo man eine Reportage gesehen hat, wie lächerlich da nicht jemand ist oder wie dumm da jemand ist oder wie klein gedacht und kleingeistig das ist. Denn da gibt es viel, viel mehr zu entdecken und viel, viel mehr wirklich zu erfahren, als man es vielleicht gedacht hat. Ich kann dir da empfehlen, wenn du das ein bisschen rationeller betrachten möchtest. Es gibt die Vorträge, zum Beispiel von der Vera Birkenbiel, die hat da einen guten Vortrag über Esoterik, den ich für Einsteiger sehr geeignet halte, die sich eben nicht lächerlich darüber macht, sondern die sich mit dem Thema auseinandersetzt. Und mir ist schon klar, es gibt genug Themen und da nehme ich mich nicht raus, wo ich selber auch wieder mal schmunzle oder die Augen verdrehe, weil ich es selber für dumm halte. Aber ich weiß nicht, ob es so fair ist, das zu veräppeln. Und ich weiß, wir sind in einer Gesellschaft, wo jeder gleich sich auf die Füße getreten fühlt, wenn jemand veräppelt wird. Ich habe da überhaupt kein Problem damit, dass man es macht. Ich fühle mich auch nicht persönlich irgendwie beleidigt, weil mir da eigentlich das ziemlich egal ist. Ich möchte es nur für alle nochmal gesagt haben, die sich da vielleicht gestört fühlen. Halte deine Religion, halte deinen Glauben im Inneren, halte deine Spiritualität in dir und man braucht die nicht nach außen tragen und um Beweise betteln. Wenn du das Gefühl hast, es ist für dich stimmig, es bereichert dein Leben, es gibt dir mehr Frieden, Zufriedenheit, mehr Klarheit, dann bleib einfach dabei. Aber vergiss natürlich die äußere Welt nicht. Denn wenn dein Glaubenssystem dich immer mehr von anderen abgrenzt, wenn du dich immer mehr verlierst in deinen Glaubensmustern, wenn dich dein Umfeld immer weniger versteht, dann ist das ein gutes Zeichen, dass du vielleicht ein bisschen vom Weg abgekommen bist und dann schau einfach mal nach oder hol dir auch Hilfe. Wenn wirklich du das Gefühl hast, du stehst allein und keiner versteht dich mehr, außer deinem Pferd oder deinem Hund, dann bitte such dir da Hilfe, denn da geht etwas zu weit. Das Außen ist immer ein gutes Barometer. Dein Umfeld ist immer ein guter Barometer, auch für deine Spiritualität und deine Religiosität. Also wie reagiert dein Umfeld drauf? Kannst du mit Leuten noch unter Anführungszeichen normale Gespräche führen? Wie reagiert dein Freundeskreis drauf? Also da kannst du ganz gut ermessen, ob das so in einer gesunden Ebene ist. Denn wenn dich alles nur mehr bedrückt oder beklommen macht oder du nur mehr traurig bist oder du das Gefühl hast, du musst die Welt gesund beten, dann ist irgendetwas schiefgegangen. Genau dasselbe, du musst nur meditieren, dass du immer heiliger oder erleuchteter wirst, um einem Leidensdruck zu entgehen. Das ist auch so ein Tipp von mir. Also probier das ruhig zwei-, dreimal aus, aber wenn es dann nicht weg ist, dann wird die Meditation, wird mehr davon, dir wahrscheinlich auch nicht wirklich helfen, sondern dann wirst du vielleicht einen anderen Weg suchen müssen. Also letzten Endes geht es wirklich darum, dass du selber klar einschätzt, wie fühlst du dich wohl in deiner Haut und hilft dir etwas weiter, hilft dir eine Technik weiter, helfen dir so gewisse Impulse weiter und hilft es dir weiter eben, wie gesagt, dich freier, klarer, ein bisschen erhabener zu fühlen, dann ist das wunderbar. Dann bleib dabei, mach weiter. Aber verirre dich nicht, denn das ist natürlich das Schwierige, wenn du eine innere Reise angehst und jede Religion ist letzten Endes irgendwo eine innere Reise, dann schau, dass du immer klar bist und dass du dich immer wohlfühlst bei allem, was du machst. Das wäre so mein Tipp für dich im Umgang mit der Religion. Ich glaube jetzt nicht, dass jemand, der jetzt spirituell arbeitet oder religiös ist, besser ist als jemand, der jetzt rein wissenschaftlich ausgelegt ist. Das sind halt zwei unterschiedliche Betrachtungsweisen auf die Welt. Vielleicht kennst du ja dieses Bild mit der 6 und der 9. Der eine schaut rauf und sagt, na, das ist eine 6, der andere sagt, das ist eine 9. Das ist einfach ein Betrachtungswinkel. Und wenn du eben von mehr von dieser inneren Warte ausschaust, von der energetischen Warte ausschaust, wirst du die Welt ein bisschen anders wahrnehmen als jetzt jemand, der das wissenschaftlich analytisch macht. Wer da jetzt im Recht ist oder im Unrecht ist, kann man eigentlich nicht sagen. Denn meines Erachtens nach sollte das eine freie Welt sein, wo jeder seine eigenen Meinungen, seinen eigenen Glauben irgendwo so auch nachgehen kann, solange er sich selbst oder andere nicht damit schädigt oder verletzt. Und das gilt meines Erachtens nach für die Religion, genauso wie die Wissenschaft, für die Spiritualität, genauso wie die Politik. Das heißt, das gilt für mich in allen Bereichen. In diesem Sinne wünsche ich dir mal eine gute Zeit, alles Gute und wenn du dich noch nie beschäftigt hast mit Esoterik oder Spiritualität oder Religiosität, dann mach das einfach mal. Setz dich mal ein bisschen damit auseinander, so mit deinem Inneren und vielleicht findest du ja einen Zugang dazu. Solltest du irgendwelche Fragen haben oder Einsteigertipps brauchen, dann schreib einfach mal oder wenn du ein Interesse daran hast, mache ich auch gerne ein Video nochmal drüber. Also schreib es einfach unten in den Kommentaren, ist überhaupt kein Thema. Zum Abschluss möchte ich nochmal sagen, die mediale Energetik und auch meine Arbeit ist weder ein Glaubensmodell noch ein religiöses Konzept, sondern es geht einzig darum, sich mit dem Wesen des Menschen auseinanderzusetzen. Und das mache ich gerne, das mache ich leidenschaftlich, das ist meine Passion. Ich bin unendlich dankbar, dass ich dieses unendliche Feld der Energie, der Auren, der Chakren, dass ich das erleben darf und auch damit arbeiten darf. Das ist für mich wirklich ein Riesengeschenk. Und wenn du Interesse hast an einem Kurs oder an einer Einzelsitzung, dann melde dich einfach bei mir und denke immer dran, RNI bringt Energie. Alles Gute.